... Hahaha! Ist das ein herrlicher Winter! Endlich mal wieder! Nach so vielen Jahren! Ah! Ihr wisst nicht, wer ich bin? Ich stelle mich gerade vor Ich bin der lustige Geiser Fiedl vom Belchen oben und ich bin gerade auf dem Weg nach Friburg. Eigentlich habe ich gar keine Zeit, also. Eigentlich habe ich keine Zeit für solche Sachen. Aber jetzt, bei dem vielen Schnee, habe ich auch mal Zeit, nach Friburg zu gehen. Die fernen Länder, die vielen Leute, aber kein kennt den Schwarzwald. Aber wer weiß, vielleicht kann ich ja den ein oder anderen zu mir mit dem Schwarzwald nehmen. Ich würde mich riesig freuen. Also, was sein uns denn auf dem Mondologer? Und wo haben wir denn schon die originalen Schwarzwald? Also, bis dahin. Nothing. Ich würde irgendwie mal für das Buch속 Das Buch war in trig hangingst섯 Ernst.